Warrior Cats. Special Adventure. Blausterns Prophezeiung. Von Erin Hunter. Gelesen von Marian Funk. Ein Hörbuch von Belz und Gelberg. Prolog. Nein, nicht ihn. Den darfst du nicht zur Beute machen. Blaustern stürzte den Abhang hinab. Die Schlucht war nahe. Sie konnte den Fluss zwischen den steilen, grauen Felswänden Donnern hören. Würde Feuerherz es schaffen, die Hundemeute über die Kante zu locken? Und wenn ihn der Leithund vorher schnappte? Sie brach aus dem Fahn heraus und blieb auf einer Lichtung am Rand der Klippe stehen. Oh, Sternenclan, nein! Nein! Feuerherz, der zweite Anführer des Donnerclans, hing zwischen den glänzenden Zähnen eines riesigen Hundes. Der Kater wehrte sich, fauchend vor Wut. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Clan zerstörst, brüllte Blaustern. Sie warf sich gegen Feuerherz' Gegner und krachte mit dem Kopf in seine Flanke. Überrascht ließ der Hund Feuerherz fallen und wirbelte herum. Blaustern kauerte sich nieder und fuhr die Krallen aus. Sie spürte keine Angst. Mondelang hatte sie sich nicht so lebendig gefühlt. Sie schlug in Richtung der Hundeschnauze, doch die Krallen fuhren durch die leere Luft. Der Hund glitt von ihr weg. Die Erde unter seinen Hinterbeinen gab nach. Ein Schauer von Steinbrocken regnete die steile Wand der Schlucht hinab, als die Pfoten des Hundes sich strampelnd um einen Halt bemühten. Doch seine stumpfen Krallen rutschten und seine Hinterbeine wurden über den Klippenrand gezogen. Die Meute donnerte näher. »Blaustern!« warnte Feuerherz. Aber Blaustern wandte die Augen nicht von dem Leithund ab, war in seinem panischen Blick gefangen, während hinter ihr die Hunde bereits durch den Farn zu brechen begannen. Blaustern grub die Krallen in die weiche Erde. Die heranstürzenden Hunde hatten die Schlucht erblickt, und ihr Wutgeheul wandelte sich in ängstliches Winseln, als sie immer dichter an die Felskante heranrutschten. Blaustern wich nicht aus, als ein entsetztes Jaulen durch die Schlucht halte. Der erste Hund stürzte hinab. Sein Körper knallte gegen die Klippe, bevor unten ein Platschen in dem brausenden Wasser zu hören war. Blaustern kniff die Augen zusammen, die immer noch auf den Leithund gerichtet waren. Blitzschnell streckte der Hund den Kopf vor und packte ihr Vorderbein mit den Zähnen. Sie spürte, wie der Boden unter ihr wegrutschte, und der Hund sie mit sich über die Kante zog. Verzweifelt strampelte sie in der kalten, feuchten Luft und konnte sich erst einen Augenblick, bevor sie aufs Wasser aufschlug, von dem Hund freimachen. Der eisige Fluss nahm ihr den Atem. Blindlings kämpfte sie gegen die Strömung an, das Herz voller Panik. Gänsefeders Prophezeiung blitzte auf in ihrem Kopf. Wasser wird dich vernichten. Ihr dichtes Fell war schwer von Wasser und zog sie hinab. Entsetzen packte sie. Sie würde ertrinken. Hier in den schäumenden Wassern der Schlucht. Nicht aufgeben. Klar und vertraut klang ein Miauen durch das tosende Gewässer. Eichenherz? Der Vater ihrer Jungen murmelte ihr ins Ohr. Stell dir vor, du läufst durch den Wald. Lass deine Pfoten die Arbeit machen. Recke dein Kinn hoch. Lass das Wasser dich nach oben tragen. Seine Stimme schien sie emporzutragen und dämpfte ihre Panik. Ihre Pfoten wühlten stetig durch das Wasser, bis schließlich der Wind in ihr Gesicht peitschte. Hustend und würgend schnappte sie nach Luft. So ist's gut, flüsterte ihr Eichenherz ins Ohr. Blaustern, schwimm! Zum Ufer! Unsere Jungen warten! Wie ein Blitzschlag wurde Blaustern von dem Gedanken an die beiden Jungen getroffen. Du darfst sie nicht zurücklassen, ohne ihnen auf Wiedersehen zu sagen. Frische Energie durchströmte sie und sie begann wieder zu kämpfen. Baumwipfel verschwammen über ihr, als der strudelnde Fluss sie weiterriss. Du kannst das, dringte Eichenherz. Blaustern strampelte, stieß gegen das Wasser, aber ihre erschöpften Beine fühlten sich an wie aufgeweichte Blätter, nutzlos und schwach. Plötzlich packten Zähne ihr Nackenfell. Blaustern blinzelte sich das Wasser aus den Augen und konnte einen kurzen Blick auf orangefarbenes Fell werfen. Feuerherz! Der zweite Anführer des Donnerclans hatte sie gepackt. Halte den Kopf hoch, knurrte er mit zusammengepressten Kiefern. Weitere Zähne bissen in ihr Nackenfell, Pfoten packten ihre Flanken und schoben sie hoch. Sie fühlte die kräftigen, sanften Bewegungen von Katzen um sich herum. Kaum ihr bei Bewusstsein ließ sie sich durch das Wasser ziehen, bis Kiesel gegen ihre Flanke scheuerten und sie festen Grund unter sich spürte. Pfoten und Zähne hieften sie auf das sandige Ufer und legten sie auf weiches Gras. Ihre Brust fühlte sich an, als wäre sie voller Steine. Blaustern? Sie erkannte das Miauen von Nebelfuß. Was ist mit Steinfell? Ist er auch hier? Wir sind beide hier. Eine kräftige Pfote drückte gegen ihre Flanke. Eichenherz hatte Recht gehabt. Ihre Jungen hatten auf sie gewartet. Blaustern öffnete mühsam die Augen. Sie konnte vage Steinfells Gestalt erkennen. Nebelfuß stand neben ihm. Das nasse Fell klebte an ihr. Blaustern spürte einen Atemhauch an ihrer Wange. Wie geht's ihr? Fragte ihre Tochter. Feuerherz neigte sich zu ihr hinab. Blaustern, ich bin es, Feuerherz. Du bist jetzt in Sicherheit. Nur ganz leise konnte Blaustern ihn hören. Sie blickte auf ihre Jungen. Ihr habt mich gerettet, murmelte sie. Sch, nicht sprechen, drängte Nebelfuß. Aber Blaustern streckte die Schnauze vor. Ich will euch etwas sagen. Ich möchte euch bitten, mir zu verzeihen, dass ich euch weggeschickt habe. Sie hustete und Wasser sprudelte auf ihre Lippen, aber sie zwang sich weiterzureden. Eichenherz hatte mir versprochen, Grauteich würde euch eine gute Mutter sein. Das war sie auch, miaute Steinfeld kurz. Blaustern zuckte zusammen. Sie wünschte, sie hätte mehr Atem, um alles zu erklären. Ich habe euch aufwachsen sehen und weiß, wie viele dem Clan, der euch adoptiert hat, geben werdet. Wenn meine Entscheidung anders ausgefallen wäre, hättet ihr eure ganze Kraft dem Donnerclan geschenkt. Ein Schauder lief durch ihren Körper und sie rang nach Luft. Verzeiht mir. Sie hat für ihre Entscheidung viel leiden müssen, mischte feuerherzig ein. Bitte verzeiht ihr. Nebelfuß senkte den Kopf, um ihrer Mutter die Wange zu lecken. Wir verzeihen dir, Blaustern. Wir verzeihen dir, wiederholte Steinfeld. Blaustern schloss die Augen, als ihre beiden Jungen ihr vollgesogenes Fell zu lecken begannen. Es war das erste Mal, dass es sich mit ihnen die Zungen gab, seit ihrem schneereichen Tag, an dem sie die beiden Eichenherz überlassen hatte. Sie musste sich jetzt nicht mehr an ihr letztes Leben klammern. Feuerherz würde eine neue Flamme entzünden und sie an ihrer Stelle durch den Wald lodern lassen. Der Donnerclan war in Sicherheit. Sie schloss die Augen und überließ sich der schwindelnden Finsternis. Blausterns Prophezeiung Warum hat sie ihre Augen immer noch nicht geöffnet? Sch, Frischbrise. Sie ist erst einen Tag alt. Sie macht sie dann auf, wenn sie soweit ist. Blaujunges fühlte die raue Zunge ihrer Mutter an ihrer Flanke und kuschelte sich an Mondblütes milchwarmen Bauch. Eine kleine Pfote ihrer Schwester Schneejunges stupste Blaujunges in die Seite. Blaujunges maunste und kuschelte sich enger an Mondblüte. Komm schon, Blaujunges, flüsterte ihr Schneejunges ins Ohr. Es gibt so viel zu sehen und ich möchte nach draußen. Aber Mondblüte lässt mich nicht, bevor du nicht soweit bist. Sie wird zu ihrer eigenen Zeit die Augen aufmachen, schallt Mondblüte. Ja, zu meiner eigenen Zeit, stimmte Blaujunges zu. Blaujunges wachte auf und merkte, dass auf ihr das Gewicht ihrer Schwester lag. Neben ihnen hob und senkte sich gleichmäßig Mondblütes Bauch. Die anderen Königinnen, Frischbrise und Mohnröte, schnarchten ein wenig. Blaujunges wand sich unter ihrer Schwester hervor. Eine sanfte Brise bewegte die Brombeerwände und zog durch die Ritzen. Der frische Waldduft der Blattfrische vertrieb den muffigen Geruch von Moos, Milch und schlafwarmem Fell. In freudiger Erregung zuckten Blaujunges Krallen. Ich werde eine Kriegerin sein. Zum ersten Mal machte sie die Augen auf, blinzelte angesichts der Lichtbahnen, die durch die Brombeerdecke fielen. Mohnröte lag außen am Rand des Baus. Blaujunges erkannte sie, weil sie anders roch als Frischbrise und Mondblüte. Sie hatte noch keine Jungen. Frischbrise, in einem Nest neben ihr, hatte sich zu einer festen Kugel zusammengerollt. Die Stimmen ihrer jungen Leopardenjunges und Flickenjunges waren von draußen zu hören. Blaujunges betrachtete ihre Mutter. Sonnenflecken tüpfelten Mondblütes silbergraues Fell und die dunklen Streifen, die ihrer Flanke entlang liefen. Ihr getigertes Gesicht war schmal und ihre Ohren verjüngten sich zu sanften Spitzen. Sehe ich aus wie sie? Blaujunges schaute auf ihr eigenes Fell. Es war flauschig und vollständig grau. Schneejunges, die auf dem Rücken ausgestreckt lag, war weiß, abgesehen von ihren grauen Ohrenspitzen. Schneejunges? hauchte Blaujunges. Was ist? Schneejunges blinzelte und öffnete die Augen. Sie waren blau. Sind meine auch blau? fragte sich Blaujunges. Du hast deine Augen aufgemacht. Schneejunges sprang hellwach auf die Pfoten. Jetzt können wir raus aus der Kinderstube. Mohnröte hob den Kopf. Geht nicht weit weg, murmelte sie. Wo sind die Jungen von Mohnröte? flüsterte Blaujunges. Oh, sie kommen erst in zwei Monden, antwortete Schneejunges. Kommen? Blaujunges legte den Kopf auf eine Seite. Woher? Schneejunges ging schon auf die Öffnung zu und krabbelte unbeholfen über Mondblüte hinweg. Blaujunges stolperte hinter ihr her. Das Nest raschelte und Blaujunges spürte, wie eine weiche Pfote ihren Schwanz auf den Boden drückte. Und wohin willst du? Blaujunges drehte sich um und blinzelte ihre Mutter an. Nach draußen. Mondblütes Augen leuchteten. Du hast die Augen aufgemacht. Ich habe entschieden, dass es Zeit ist, antwortete Blaujunges stolz. Mondblüte beugte sich vor und glättete Blaujunges Fell mit der Zunge. Gut, du musst ja irgendwann die Kinderstube verlassen. Schneejunges strich eine angeleckte Pfote über ihre Schnurrhaare. Blaujunges blickte zu ihrer Mutter auf. Wir wollen Flickenjunges und Leopardenjunges überraschen. Mondblütes Schnurrhaare zuckten. Dann mal los mit euch. Und kommt keiner Katze unter die Pfoten. Blaujunges rannte an ihrer Schwester vorbei durch die Öffnung. Die Brombeerranken zupften an Blaujunges Fell, als sie sich aus der Kinderstube zwängte. Grelles Sonnenlicht stach ihr in die Augen. Sie blinzelte, bis sie allmählich etwas sehen konnte. Und dann öffnete sich das Lager vor ihr wie ein Traum. Eine weite, sandige Lichtung dehnte sich zu einem Felsen aus, der einen so langen Schatten warf, dass er fast die Spitzen ihrer Pfoten berührte. Unter dem Felsen saßen zwei Krieger und teilten sich Beute neben einem Nesselbusch. Hinter ihnen lag ein umgestürzter Baum. Ein paar Schwanzlängen von der Kinderstube entfernt breitete niedriges Gebüsch seine Zweige über den Boden. Farne drängten sich in eine Ecke auf der anderen Seite der Kinderstube, und hinter ihnen erhob sich eine Barriere aus Ginsterbüschen, so hoch, dass Blaujunges den Hals recken musste, um den oberen Rand sehen zu können. Wie aufregend! Das war ihr Territorium. Von Flickenjunges oder Leopardenjunges gab es keine Spur. Wo sind sie denn? rief sie Schneejunges zu. Ihre Schwester blickte im Lager umher. Ich weiß nicht, murmelte sie. Schau dir diese Beute an! Sie starrte auf einen Haufen Vögel und Mäuse am Rand der Lichtung. Obendrauf lag ein dickes, flauschiges Eichhörnchen. Der Frischbeutehaufen! Mit zuckender Nase sprang Blaujunges darauf zu. Sie hatte die Königinnen in der Kinderstube von Beute reden hören. Wie würde das schmecken? Sie stieß die Nase in den Haufen und versuchte, die Krallen in ein kleines Tier mit kurzem, braunem Fell zu graben. Pass auf! Schneejunges Warnung kam zu spät. Blaujunges Pfoten gaben nach, als das dicke Eichhörnchen vom Haufen herunterrollte und sie umwarf. Blaujunges wurde heiß vor Verlegenheit und sie krabbelte unter dem Eichhörnchen hervor. Hey, ihr beiden! Blaujunges erkannte Flickenjunges an seinem Geruch nach Kinderstube, als er hinter dem Bau hervortrottete. Weiß eure Mutter, dass ihr hier draußen seid? Natürlich! Blaujunges wirbelte herum und erblickte zum ersten Mal ihren Baugenossen. Sie hatte nicht erwartet, dass Flickenjunges so groß sein würde. Sein schwarz-weißes Fell war glatt wie das eines Kriegers und sie musste den Kopf nach hinten legen, damit sie zu ihm hochschauen konnte. Leopardenjunges hüpfte hinter ihrem Bruder her. Ihr schwarzer Pelz glänzte im Sonnenschein. Sie blieb stehen und betrachtete erfreut Blaujunges und Schneejunges. Wir können euch herumführen und alles zeigen, miaute Leopardenjunges aufgeregt. Schneejunges sprang um das ältere Junge herum. Ja, bitte! Blaujunges schnippte verärgert mit dem Schwanz. Sie wollte das eigene Territorium allein erkunden. Aber Leopardenjunges tappte schon auf den breiten Farnbusch in der Nähe der Ginsterbarriere zu. Das ist der Schülerbau, rief sie über die Schulter. In einem Mond werden wir da schlafen. Schneejunges rannte hinter ihr her. Kommst du mit? Flickenjunges stupste Blaujunges an. Die schaute zurück zur Kinderstube. Wirst du dein altes Nest nicht vermissen? Plötzlich verspürte sie einen Anflug von Angst. Sie schlief gerne ganz dicht bei Mondblüte. Ich kann es kaum erwarten, bis ich in meinen neuen Bau umziehen darf, jaulte Flickenjunges. Es wird toll sein, wenn Frischbrise nicht dauernd sagt, wir sollen still sein und einschlafen. Blaujunges eilte hinter ihm her, als plötzlich die Farnwedel zitterten und ein schildpattfarbenes Gesicht zwischen den grünen Stängeln erschien. Hallo Tupfenpfote! Flickenjunges blieb vor dem Bau stehen, während sich die schildpattfarbene Kätzin ausgiebig streckte. Wir führen Blaujunges und Schneejunges im Lager herum, verkündete Leopardenjunges. Es ist ihr erster Ausgang. Hm, vergesst nicht, ihnen auch den Schmutzort zu zeigen, scherzte Tupfenpfote. Weißpfote hat sich erst heute Morgen beklagt, dass sie dauernd die Kinderstube säubern soll. Die ist seit Monaten voller Junge und noch mehr sind unterwegs. Blaujunges reckte das Kinn. Schneejunges und ich können jetzt unser Nest selber sauber halten. Tupfenpfotes Schnurrhaare zuckten. Ich kann es kaum erwarten, bis ich auf die Jagd gehen darf. Flickenjunges ließ sich ins Jagdkauern fallen und legte seinen Schwanz flach auf den Boden. Blaujunges sah aufmerksam zu und beobachtete, wie Flickenjunges die Brust auf den Boden presste, die Krallen ausfuhr und die Hinterpfoten direkt unter den Körper steckte. Ich werde die beste Jägerin sein, die der Donnerklang jemals gesehen hat. Komm, wir gehen allein auf Erkundung, flüsterte Blaujunges ihrer Schwester zu. Die starrte sie überrascht an. Weggehen ohne Flickenjunges und Leopardenjunges? Blaujunges hörte nicht mehr auf sie und machte sich schon davon. Sie blickte über die Schulter und entdeckte neben der Kinderstube einen niedrigen, breiten Busch. Flickenjunges und Leopardenjunges würden sie dort nicht finden. Sie preschte zu dem Busch und tauchte unter einen Zweig. An den Blättern nahm sie jede Menge verschiedener Gerüche wahr. Wie viele Katzen gab es im Donnerklang? Passten sie wirklich alle hier ins Lager? Die Zweige bewegten sich und Schneejunges kam in ihr Versteck geplatzt. Ich dachte, du würdest nicht kommen, quiekte Blaujunges erstaunt. Mondblüte hat gesagt, wir sollen zusammenbleiben, erinnerte sie Schneejunges. Gemeinsam lugten sie hinaus und sahen, dass Leopardenjunges, Flickenjunges und Tupfenpfote ihr Verschwinden bemerkt hatten. Die drei Katzen blickten überrascht zur Kinderstube. Plötzlich stupste eine Schnauze Blaujunges am Hinterteil und sie purzelte aus ihrem Versteck heraus, ihre Schwester hinter ihr her. Unter den Blättern lugte ein graues Gesicht zu ihnen heraus. Was macht ihr hier? Das ist der Kriegerbau. Du, tut mir leid. Schneejunges zog sich schnell zurück. Blaujunges richtete den Blick auf den Krieger. Woher sollen wir das denn wissen? Protestierte sie. Der gestreifte Kater verengte die Augen. Seid ihr die Jungen von Mondblüte? Schneejunges Fell richtete sich auf und sie schaute auf ihre Pfoten hinunter. Blaujunges hob das Kinn. Sie hatte keine Angst vor dem mürrischen Krieger. Ja, ich bin Blaujunges und das ist meine Schwester Schneejunges. Der gestreifte glitt unter dem Busch hervor und richtete sich auf. Blaujunges machte einen Schritt zurück. Ich bin Kieselpelz, miaute der graue Kater. Sucht ihr euren Vater Sturmschweif? Schneejunges blickte eifrig hoch. Ist er hier? Er ist auf der Jagd. Wir haben ihn eigentlich nicht gesucht, erklärte Blaujunges, obwohl sie ihren Vater gern gesehen hätte. Wir haben uns nur vor Flickenjunges und Leopardenjunges versteckt, die uns das Lager zeigen wollten. Kieselpelz seufzte. Ein guter Krieger lernt von seinen Clankameraden. Wir haben gedacht, dass es allein mehr Spaß macht, platzte Schneejunges heraus. Das Fell des Kriegers sträubte sich. Es ist kein Spaß, wenn man bei einer wohlverdienten Ruhepause von einem Rudel Jungen geweckt wird. Das tut uns leid, entschuldigte sich Schneejunges. Das haben wir nicht gewusst. Das passiert, wenn man Junge allein rumlaufen lässt, knurrte Kieselpelz und tappte zum Frischbeuterhaufen. Blaujunges schaute über die Lichtung und wartete, bis ihr Blick nicht mehr verschwommen war. So weit hatte sie noch nie zu sehen versucht. Als der Felsen auf der anderen Seite der Lichtung scharf wurde, bemerkte sie unten an seinem Fuß eine Stelle mit festgetrampelter Erde. Pfotenspuren führten hinein in die Schatten und verschwanden an der Seite unter einem Flechtenvorhang. Blaujunges miaute ihrer Schwester zu. Komm mit! Sie rannte hinüber zu dem Flechtenvorhang und stupste mit den Pfoten dagegen. Da ist ein Spalt! Aufgeregt schob sich Blaujunges hindurch und befand sich in einer kleinen Höhle. »Es ist ein Bau!«, zischte sie durch die Flechten Schneejunges zu. »Es ist der Bau von Kiefernstern!«, antwortete eine Stimme. Blaujunges erstarrte. Dann schob sie sich vorsichtig rückwärts aus der Höhle hinaus. Ein silberner Kater mit leuchtenden, bernsteinfarbenen Augen saß neben Schneejunges. »Hallo, Blaujunges!«, Blaujunges neigte den Kopf zur Seite. »Ich war bei deiner Geburt dabei!«, erklärte der Kater. »Ich bin Federbart, der Schüler des Heilers!«, er nickte zu Kiefernsterns Bau hinüber. »Dort hinein darfst du nur gehen, wenn du eingeladen worden bist.« »Ich wusste nicht, dass das ein Bau ist.«, Blaujunges schaute hinab auf ihre Pfoten. »Wirst du es Kiefernstern sagen?« »Ja.« »Es ist besser, wenn ich es ihm sage. Er wird deinen Duft sowieso riechen.« Blaujunges blickte ängstlich zu ihm auf. »Würde Kiefernstern nun sagen, dass sie keine Kriegerin werden durfte?« »Mach dir keine Sorgen,« beruhigte sie Federbart. »Er wird sich nicht ärgern. Wahrscheinlich bewundert er eher deine Wissbegier.« »Aber ich kann euch jetzt zu den Ältesten bringen. Sie freuen sich, wenn sie neue Junge treffen.« Wieder würden sie herumgeführt werden. Blaujunges Fell prickelte vor Ärger, aber sie erinnerte sich an das, was Kieselpelz gesagt hatte. Eine gute Kriegerin lernt von ihren Clankameraden. Federbart führte sie zu dem umgestürzten Baum und zwängte sich unter einem hervorstehenden Ast hindurch. Blaujunges tappte hinter ihm her, Schneejunges folgte ihr. Gras, Farn und Moos sprossen aus den Spalten im Holz und ließen die verrottende Rinde in jugendlicher Blattfrische ergrünen. Blaujunges folgte Federbart, der sich durch ein Labyrinth von Zweigen wand, bis er eine offene Fläche zwischen dem Astgewirr erreichte. Als Federbart eintrat, blickte eine Schildpattfarbene auf. »Hast du Mäusegalle gebracht?«, fragte sie hoffnungsvoll. »Nein, aber ich habe euch zwei Junge mitgebracht.« Federbart trat zur Seite und gab den Blick frei auf Blaujunges und Schneejunges. »Junge«, die Augen der schildpattfarbenen Kätzchen leuchteten und sie eilte vor und leckte feucht über Blaujunges Wange. Die duckte sich weg, rieb sich die Backe mit der Pfote ab und unterdrückte ein Schnurren, als Schneejunges die gleiche Begrüßung erfuhr. »Es ist der erste Ausflug aus der Kinderstube, Lärchenlied«, erklärte Federbart. »Ich habe sie dabei erwischt, wie sie versuchten, ein Nest in Kiefernsterns Bau zu machen.« »Wir haben nicht«, hob Blaujunges an, zu protestieren. »Na, kümmere dich nicht um Federbart«, unterbrach Lärchenlied sie. »Er neckt alle Katzen.« »Das ist eines der Vorrechte, wenn man heiler Katze ist.« »Heiler Schüler«, verbesserte sie Federbart. »Was bedeutet, dass du alle Pflichten von Gänsefeder erfüllst, während dieser alte, faule Dachs so tut, als würde er Kräuter sammeln?« knurrte ein räudiger, brauner Kater. »Still, Nuschelfuß, Gänsefeder hat mir eine Menge beigebracht«, meinte Federbart zur Verteidigung seines Mentors. »Und es gibt keine Pflanze im Wald, von der er nicht weiß, wie man sie nutzt.« »Ach, wenn er sich die Mühe macht, sie zu pflücken«, murmelte Nuschelfuß. Federbart schaute auf Blaujunges und Schneejunges. »Nehmt das nicht ernst. Gänsefeder und Nuschelfuß sind nie miteinander ausgekommen.« »Und du solltest nicht solche Sachen sagen, Nuschelfuß«, sagte Lerchenlied. »Kommt, ihr Jungen, und erzählt uns alles über euch.« »Ich heiße Blaujunges, und das ist meine Schwester Schneejunges. Unsere Mutter ist Mondblüte und unser Vater Sturmschweif«, piepste Blaujunges. »Und heute sind wir zum ersten Mal aus der Kinderstube raus.« »Willkommen im Clan, meine Kleinen. Ich bin überzeugt, dass ihr in Nullkommanichts in Schwierigkeiten stecken werdet. Junge können anscheinend nicht anders«, miaute ein orangefarbener Kater. Blaujunges spitzte die Ohren. »Sind Leopardenjunges und Flickenjunges auch in Schwierigkeiten geraten?« Lerchenlied schnurrte. »Ich kenne kein Junges, bei dem das anders wäre.« Erleichterung wärmte Blaujunges Bauch. Neben ihr gähnte Schneejunges. »Bringen Sie jetzt lieber zurück zu Ihrer Mutter«, riet Lerchenlied. »Schneejunges sieht aus, als ob sie gleich auf den Pfoten einschläft.« Blaujunges drehte sich zu ihrer Schwester um und sah, dass ihr die Augen zufielen. Mit einem Mal merkte sie, wie ihr Magen knurrte. »Kommt mit«, Federbart drängte sie aus dem Bau. »Wie können wir denn in der Kinderstube etwas lernen?«, widersprach Blaujunges. »Du kannst viel mehr lernen, wenn du ausgeruht bist«, miaute Lerchenlied. »Kommt uns bald wieder besuchen«. Blaujunges stolperte, als sie die Lichtung überquerten. Obwohl in ihrem Kopf viele Fragen herumwirbelten, war sie erleichtert, als Federbart sie in die Kinderstube schob. »Was hast du gesehen, meine Kleine?«, fragte Mondblüte, als Blaujunges sich mit Schneejunges neben ihrer Mutter zusammenrollte. »Alles«, gähnte Blaujunges. Mondblüte schnurrte. »Doch nicht alles.« Blaujunges schloss die Augen, während ihre Mutter leise fortfuhr. »Da ist noch ein ganzer Wald, den du erforschen kannst. Und sogar der ist nur ein Teil des Clan-Territoriums. Es gibt auch noch Land dahinter. Das Ahnentor, die Hochsteine und noch mehr.« »Und wie groß ist die Welt?«, murmelte Schneejunges verschlafen. »Nur der Sternenclan weiß das«, antwortete Mondblüte. Blaujunges malte sich aus, wie Bäume und Farn und Ginster sich hinter dem Lager in einen endlosen Himmel erstreckten. Während ihre Fantasiebilder sich in ihre Träume ergossen, hörte sie noch immer die Stimme ihrer Mutter. »Deine Beine werden wachsen, meine Süße, bis sie eines Tages kräftig genug sind, um über die ganze Welt zu laufen.« »Und denk daran«, sagte Mondblüte und wusch Blaujunges noch einmal die Ohren, »setz dich gerade hin und sei höflich.« Blaujunges rollte mit den Augen. Schneejunges saß ruhig neben ihrer Mutter. Die drei warteten am Rand der Lichtung. »Jetzt wird euch Sturmschweif das erste Mal sehen, seit ihr die Augen geöffnet habt.« Blaujunges wollte ihrem Vater zeigen, dass sie nicht mehr ein winziges, maunzendes Junges war. Mondblüte blickte zur Ginsterbarriere. Er hat versprochen, bei Sonnenhoch von der Jagd zurück zu sein. Neben dem Brennnesselfleck beim Frischbeutehaufen teilte sich ein großer Kater, dessen Fell so feurig leuchtete wie die Sonne Frischbeute mit drei Kriegern. »Ist das Abendsonne?«, fragte Blaujunges. »Ja«, Mondblüte hatte begonnen, Schneejunges zu putzen. »Und das neben ihm sind Rotbrust, Bernsteinfleck und Wuschelpelz«, miaute sie zwischen dem Lecken. »Oh, und Drosselpelz ist gerade aus dem Kriegerbau gekommen.« Blaujunges betrachtete die Krieger. Drosselpelz war viel kleiner als die anderen. »Ist Drosselpelz nicht richtig gewachsen?«, fragte Blaujunges ihre Mutter. Mondblüte schnurrte. »Nein, meine Kleine, er ist nur der jüngste Krieger. Seinen Namen hat er erst vor einem Viertelmond erhalten. Er wird noch wachsen, du wirst schon sehen.« Die Ginsterbarriere bewegte sich, und Blaujunges blickte sich um. »War's Sturmschweif?« Enttäuscht sah sie, dass Kieselpelz mit einem Vogel im Maul ins Lager trottete. Tupfenpfote und Weißpfote übten Kampfzüge neben dem Baumstumpf. Leopardenjunges und Flickenjunges kauerten vor dem Kriegerbau und sahen sich an, als planten sie etwas. Blaujunges fragte sich, was sie wohl vorhatten. Sie streckte die Brust heraus und setzte die Pfoten ordentlich vor sich. »Bitte, lass Sturmschweif stolz auf mich sein.« Mondblüte hatte ihnen immer wieder gesagt, was für ein großer Krieger ihr Vater war. Tapfer und geschickt im Kampf und einer der besten Jäger im Donnerclan. »Ich hoffe, ich werde so wie er.« »Warum konnte Sturmschweif uns nicht in der Kinderstube besuchen?«, jammerte Schneejunges. »Bibernzahn besucht Flickenjunges und Leopardenjunges immer in der Kinderstube.« »Euer Vater ist gleich nach eurer Geburt zu euch gekommen.« Mondblüte griff mit der Pfote Schneejunges wedelnden Schwanz und legte ihn ordentlich über die Pfoten. »Er ist ein sehr wichtiger Krieger.« Blaujunges blickte zur Sonne, die fast genau über ihnen stand, und kniff die Augen zusammen. Sturmschweif würde bald kommen. Sie setzte sich so, dass sie die Ginsterbarriere sehen konnte, denn sie wusste, die Patrouille der Krieger würde durch die Öffnung in der Mitte kommen. Flickenjunges hatte ihr vom Clanleben erzählt, von den Jagd- und den Grenzpatrouillen. Und er hatte ihr erzählt, dass ein Krieger zunächst für den Clan und erst dann für sich selber jagte. Blaujunges war entschlossen, immer dafür zu sorgen, dass ihr Clan gut verpflegt sein würde, selbst wenn sie dafür hungern müsste. Mondblüte erstarrte, ihre Nase zuckte. »Er kommt!« Blaujunges sah, wie die Ginsterbarriere bebte. Ein dunkelbraun gestreifter Kater mit einer Drossel zwischen den Zähnen kam durch den Eingang getrottet, gefolgt von einer hellgestreiften Kätzchen. »Wer ist das?« Blaujunges war beeindruckt von den beiden Wühlmäusen, die aus dem Maul der Gestreiften baumelten. »Der Kater ist Spatzenpelz und die Kätzin Fleckenschweif.« Mondblüte spitzte die Ohren. »Da ist er!« Ein großer, blaugrauer Kater folgte Fleckenschweif ins Lager. Seine Schultern streiften den stacheligen Ginster, den breiten Kopf und das Kinn hielt er hoch erhoben und seine blauen Augen leuchteten wie Sterne. Im Maul hielt er das größte Eichhörnchen, das Blaujunges je gesehen hatte. Ihr Vater folgte der Patrouille zum Frischbeuterhaufen und legte das Eichhörnchen zur übrigen Beute. Dann erst drehte er sich um und blickte im Lager umher. »Setzt euch gerade!« zischte Mondblüte. Blaujunges hielt sich so steif, wie sie nur konnte, bis Sturmschweifs Blick schließlich auf sie fiel. Ein Schnurren stieg in Mondblütes Kehle auf. »Sturmschweif!« rief sie und deutete mit dem Schwanz zu Schneejunges und Blaujunges. »Komm zu deinen Jungen!« Sturmschweif tappte zu ihnen. »Sie sehen besser aus mit offenen Augen«, bemerkte er. Sein Miauen war so tief, dass es mehr wie ein Knurren klang. »Siehst du es?« gab ihm Mondblüte ein Stichwort. »Beide haben blaue Augen wie du.« Blaujunges riss die Augen weit auf, damit ihr Vater sie bewundern konnte, aber er schien sie kaum wahrzunehmen. »Sie sehen aus, als würden sie gute Krieger werden.« »Natürlich werden sie das«, schnurrte Mondblüte. »Es sind deine Jungen!« Blaujunges trat vor. »Ist es schwer gewesen, das Eichhörnchen zu fangen?« Sie wollte, dass Sturmschweif sie richtig anschaute. Vielleicht würde er dann sehen, wie ähnlich ihr Fell dem Seinen war. Er blickte auf sie herab und blinzelte. »Fette Eichhörnchen sind leicht zu fangen.« Am Bau der Krieger bebten die Zweige, und Vipanzan kam heraus. Mit erfreutem Miauen sprangen Leopardenjunges und Flickenjunges auf ihn zu. Leopardenjunges klammerte sich an den Schwanz ihres Vaters, während Flickenjunges direkt auf seinen Schultern landete. Vipanzan wankte und ließ sich mit einem übertriebenen Überraschungsknurren theatralisch zu Boden fallen. Leopardenjunges und Flickenjunges sprangen quiekend auf seinen Bauch, aber Vipanzan warf sie schnurrend ab und verjagte sie hinter den Bau. »Giefernstern hat mich aufgefordert, mit ihm Beute zu teilen«, sagte Sturmschweif zu Mondblüte. Blaujunges blinzelte. »Jetzt? Können wir mitkommen?« Sturmschweifs Blick flog zu ihr, und sie zuckte zusammen, als sie die Mischung von Unruhe und Missbehagen in seinen Augen sah. »Junge sollten in der Nähe der Kinderstube bleiben«, murmelte er. Blaujunges war enttäuscht, als er sich umwandte und wegtrabte. Doch dann schöpfte sie Hoffnung, denn er blieb stehen und blickte über die Schulter zurück. »Kieselpelz hat mir erzählt, dass ihr ihn gestern aufgeweckt habt«, knurrte er. »Bleibt aus dem Bau der Krieger raus«, dann wandte er den Kopf und entfernte sich. Blaujunges starrte hinter ihm her und fühlte eine große Leere der Enttäuschung in sich. »Er muss ein wirklich sehr wichtiger Krieger sein, wenn Kiefernstern mit ihm essen will.« »Das ist er«, »Mondblüte beobachtete, wie Sturmschweif das von ihm gefangene Eichhörnchen aufnahm und mit zum Clan-Anführer nahm. Dann blickte sie mit liebevollen Augen Blaujunges an. »Später wird er wahrscheinlich mehr Zeit für euch haben.« Blaujunges hob das Kinn. »Er hat gesagt, wir würden gute Krieger werden.« Insgeheim gelobte sie, zu beweisen, dass er damit Recht hatte. »Mondblüte«, Bei der Begrüßung fuhr Blaujunges zusammen. Sie drehte sich um und sah einen grau gefleckten Kater mit hellblauen Augen, der von einem Fahntunnel heranschlenderte. »Hat der große Krieger seine Jungen gesehen?« »Mondblüte kniff die Augen zusammen.« »Natürlich.« Schneejunges Augen leuchteten auf. »Bist du Gänsefeder?« »Ah, wie hast du das erraten?« »Das ist der Bau der Heilerkatzen, nicht wahr?« Schneejunges deutete mit der Nase auf den Fahntunnel. »Also musst du es sein.« Blaujunges schnüffelte an dem Heiler. »Du riechst wie Federbart.« »Er sagt, du kennst den Namen jeder Pflanze im Wald.« »So ist es.« Gänsefeder begann mit seiner Gesichtswäsche. Schneejunges drängte sich an ihrer Schwester vorbei. »Nuschelfuß, sag du...« »Wir wollen uns nicht darum kümmern, was Nuschelfuß sagt,« brachte Mondblüte ihrer Tochter zum Schweigen. Blaujunges ging um ihre Schwester herum und zog den Schwanz über ihr Maul. »Er sagt, du gehst fast jeden Tag hinaus, um Kräuter zu sammeln,« miaute sie. Ein Schnurren rumpelte in Gänsefederskehle. »Die hier ist schlau.« »Ich auch,« betonte Schneejunges. »Natürlich,« Gänsefeders Schnurrhaare zuckten. »Ihr seid Mondblütesjunge, und sie ist die schlauste Katze, die ich kenne.« Sein Blick fiel kurz auf Sturmschweif. »In den meisten Dingen jedenfalls.« Er rollte sich auf den Rücken und rieb sich die Schultern an der warmen, rauen Erde. »Wie schön, dass wieder Blattfrische ist.« Blaujunges mochte diesen Kater. Er war lustig und freundlich. »Was tust du sonst noch?« fragte Schneejunges wissbegierig. »Ich deute Zeichen des Sternenclans,« fuhr Gänsefeder fort. »Blaujunges spitzte die Ohren.« »Welche Zeichen?« Gänsefeder räusperte sich. »Ich kann erkennen, dass der Sternenclan sieht, wie Junge sich beeilen, zu Pfoten zu werden.« Blaujunges neigte den Kopf. »Woher weißt du, dass der Sternenclan eine Botschaft dir sendet und nicht einem anderen Clan?« »Das ist Erfahrungssache.« Der alte Heiler drehte sich um und zog sich in seinen Bau zurück. »Alle Katzen, die alt genug sind, Beute zu machen, fordere ich auf, sich unter dem Hochstein zu einem Clantreffen zu versammeln.« Kiefernsterns Ruf weckte Blaujunges. Aufgeregt rappelte sie sich auf die Pfoten. Schneejunges riss die Augen auf. »Es gibt eine Versammlung?« »Können wir auch mit?« miaute Blaujunges. Mondblüte nickte müde. »Wenn ihr euch benehmt?« »Das tun wir,« versprach Blaujunges. Die frühe Morgensonne drang sanft durch die Bäume, die das Lager umgaben. Die Clankatzen füllten die Lichtung und murmelten aufgeregt, während Kiefernstern vom Hochstein auf sie herabblickte. Gänsefeder saß am Eingang zum Fahntunnel und Federbart drängte sich zwischen Bernsteinfleck und Spatzenpelz. Blaujunges entdeckte Sturmschweif, der sich mit Windflug unterhielt. Sie versuchte, die Aufmerksamkeit ihres Vaters zu erregen, aber der war zu sehr in das Gespräch mit dem grau gestreiften Kater vertieft. Das Gewirr von Brombeerranken um den umgestürzten Baum bebte und nacheinander kamen Nuschelfuß, Grasbart und Lärchenlid heraus. »Beeilt euch!«, flüsterte Mondblüte. »Hierher!« Mondblüte ließ sich hinter Fleckenschweif und Kieselpelz nieder. »Sitzt jetzt still und haltet den Mund!« Kieselpelz warf einen Blick auf die beiden. »Ah, das ist jetzt also eure erste Clanversammlung, stimmt's?« Blaujunges nickte. Dann schaute sie ihre Mutter an. »Ist es auch in Ordnung, dass wir hier sind?«, flüsterte sie. »Wir sind doch noch nicht alt genug, um unsere eigene Beute zu fangen.« Mondblüte nickte. »Solange ihr ruhig seid.« Leopardenjunges und Flickenjunges saßen direkt unter dem Hochstein. Der Clan hatte sich etwas zurückgezogen und freien Platz um sie gelassen. Waren die beiden wegen etwas in Schwierigkeiten geraten? Frischbrise saß neben Vipanzahn am Rand der Lichtung. Nein, das konnte es nicht sein. Frischbrises Augen leuchteten vor Stolz, und Vipanzahns Brust war geschwellt. Sein Kinn war hoch erhoben, als Kiefernstern zum Clan redete. »Blattfrische bringt neue Hoffnung und Wärme mit sich. Wichtiger, sie bringt neue Junge.« Der rotbraune Kater streckte sich ein wenig und blickte über den Clan auf Schneejunges und Blaujunges. »Ich begrüße die Jungen von Mondblüte und Sturmschweif im Donnerclan. Sie sind zwar noch ein wenig jung für eine Clanversammlung.« Blaujunges zuckte zusammen. »Aber ich bin froh, dass sie hier sind und eine Zeremonie beobachten, die sie eines Tages selbst erleben werden.« Blaujunges Herz schlug schneller vor Aufregung. Der Clan schaute auf sie und Schneejunges. »Leopardenjunges und Flickenjunges, ihr seid jetzt sechs Monate bei uns und habt gelernt, was es bedeutet, eine Donnerclan-Katze zu sein. »Heute werdet ihr anfangen zu lernen, was es bedeutet, ein Donnerclan-Krieger zu sein.« Zustimmendes Miauen durchlief die Menge und Kiefernstern fuhr fort. »Leopardenjunges, von diesem Tag an heißt du Leopardenpfote.« Kiefernstern wandte sich an Rotbrust. »Du wirst sie ausbilden, Rotbrust.« Rotbrust neigte den Kopf und trat neben ihre neue Schülerin. »Flickenjunges«, fuhr Kiefernstern fort, »ich sehe schon den Mut deines Vaters in deinen Augen leuchten. Von nun an heißt du Flickenpfote und ich gebe dir Wuschelpelz als Mentor. Höre gut auf ihn, denn, obwohl jung, ist er doch klug genug, um dir beizubringen, wie du deinen Mut vernünftig einsetzen kannst.« Erfreutes Gemurmel breitete sich im Klan aus. »Flickenpfote«, frischbrieses stolzes Miauen halte vom Hochstein zurück. »Leopardenpfote«. Tupfenpfote sprang vom Baumstumpf hinab und suchte sich ihren Weg durch die Menge. Weißpfote folgte ihr. »Wir haben schon Nester für euch gemacht«, miaute Tupfenpfote den neuen Schülern zu. Blaujunges verspürte einen Stich. Sie verlor ihre Kameraden aus der Kinderstube. Ein kurzer, flauschiger Schwanz ragte aus Mohnrötes überfülltem Nest heraus und kitzelte Blaujunges an der Schnauze. Ärgerlich schob sie ihn mit der Pfote beiseite. Blaujunges und Schneejunges waren nicht mehr die kleinsten Jungen in der Kinderstube. Vor vier Monaten waren Mohnrötes Junge zur Welt gekommen, zwei Kätzinnen und ein Kater namens Heckenjunges, Rosenjunges und Stacheljunges. Blaujunges hatte Stacheljunges Namen vorgeschlagen, weil er ein stacheliges, grau-weißes Fell hatte, das in alle Richtungen abstand. Anfangs hatte es Spaß gemacht, mehr Junge zum Spielen zu haben, aber jetzt kam es Blaujunges vor, als hätten sie kaum noch Platz genug, sich auszustrecken. Und es war noch enger geworden, als Fleckenschweif vor zwei Monaten Junge geworfen hatte. Löwenjunges und Goldjunges hatten kaum jemals aufgehört, herumzuwuseln und zu maunzen. Blaujunges erhob sich auf die Pfoten und streckte sich, und ein Schauer lief durch ihren langen, schlanken Schwanz. Mit dem Blattfall waren kühle Morgen gekommen, und obwohl die Kinderstube gemütlich war, zog doch ständig kalte Luft durch die Brombeerwände. Sie warf einen Blick auf Fleckenschweif's Nest und beneidete Löwenjunges um sein dichtes Fell, das sich wie eine Mähne um sein Genick plusterte. Goldjunges, deren glattes, hellgoldenes Fell sie viel kleiner wirken ließ als ihren Bruder, bewegte sich neben ihm und drückte sich näher an ihre Mutter. Blaujunges bemühte sich, niemanden zu wecken, und zwängte sich aus der Kinderstube. Insgeheim freute sie sich, den frühen Morgen ganz für sich zu haben, wenn das Lager noch ruhig war. Sie erkannte die Gerüche von Spatzenpelz, Windflug und Wiepernzahn, die noch frisch in der Luft lagen. Sie mussten gerade erst zur Morgenpatrouille aufgebrochen sein. Trockene, braune Blätter fielen kreiselnd von den Bäumen. Blaujunges unterdrückte das Verlangen, hochzuspringen und ein Blatt während des Fallens zu schnappen. Das würden Junge tun. Sie war schon fast eine Schülerin. Blaujunges atmete tief ein, öffnete das Maul, um den Duft des Waldes über ihren Gaumen streichen zu lassen. Sie sehnte sich danach, unter den Bäumen jenseits der Ginsterbarriere zu sein. Sie trottete darauf zu und sog die verlockenden Gerüche ein, die durch den Eingang wehten. »Möchtest du hinaus?« Beim Klang von Abendsonnes Stimme zuckte sie zusammen und drehte sich schuldbewusst um. »Ich habe nur mal geschaut«, miaute sie. »Ich nehme dich mit, wenn du willst«, bot der zweite Anführer des Donnerclans an. Blaujunges blinzelte. »Was ist mit Kiefernstern? Wird dir nicht wütend sein?« »Nicht, wenn du mit mir zusammen bist.« »Soll ich auch Schneejunges holen?«, miaute Blaujunges. »Ich weiß, sie würde auch gern mitkommen.« »Lass Schneejunges schlafen«, erwiderte Abendsonne freundlich und tappte schon durch den Tunnel. Atemlos vor Aufregung folgte ihm Blaujunges und spürte, wie ihr Schwanz gegen den Ginsterstrich und die Pfoten einen Boden berührten, der von unzähligen Schritten glattgetreten war. Als sie die andere Seite der Barriere erreichte, fluteten ihr die Gerüche des Waldes in Nase und Maul. Blätter, Erde, Moos, Beute. So reiche Aromen, dass sie sie auf der Zunge schmecken konnte. Wind bewegte ihre Schnurrhaare und, unvermischt mit den vertrauten Gerüchen des Lagers, duftete er fremdartig und wild. Überall um sie herum färbten die kräftigen Farben des Blattfalls den Wald wie ein schildpatfarbenes Fell. Buschwerk drängte sich am Boden wie Schatten im frühen Licht. Abendsonne zeigte ihr das Donnerklan-Territorium und brachte ihr bei, auf Felsblöcke zu klettern. Blaujunges war begeistert, wie viel es zu entdecken gab. »Können die Patrouillen hier jeden Tag jagen?«, fragte sie Abendsonne. Er nickte. »Bald wirst auch du mit ihnen gehen.« »Ich will jetzt mit ihnen gehen.« Plötzlich erstarrte Abendsonne und blickte mit aufmerksamen Augen in die Bäume. Einen Augenblick später hörten sie das Geräusch von Pfotenschritten, das gespenstisch aus der Tiefe des Waldes halte. Blaujunges rückte näher an Abendsonne heran. »Wer ist das?« »Die Morgenpatrouille.« Abendsonnes Miauen klang angespannt. »Irgendetwas stimmt nicht.« Spatzenpelz brach aus einer Farnwand heraus und seine gelben Augen funkelten im kargen Licht der Morgendämmerung. Er hielt kurz vor dem Rand der Schlucht an, Wiepernzahn, Windflug und Drosselpelz ebenfalls. »Was ist los?«, fragte Abendsonne. »Der Windklan stiehlt unsere Beute!«, fauchte Spatzenpelz. »Wir müssen Kiefernstern Bescheid sagen!« Er sprang über den Rand der Schlucht, der Rest seiner Patrouille dicht hinter ihm. »Lass uns ins Lager zurückgehen.« Abendsonne drehte sich um und verschwand wie seine Clankameraden in der Schlucht. Blaujunges zitterte. Bedeutete dies eine Schlacht? Als sie im Lager ankamen, hatte Spatzenpelz seine Geschichte bereits Kiefernstern mitgeteilt. Die Krieger berieten sich und Rotbrust schritt mit steil aufgestellten Ohren vor der Kinderstube auf und ab. »Blaujunges«, rief Mondblüte vom Fahntunnel und tauchte mit vorsorgenweiten Augen aus den Schatten auf. »Ich habe nach dir gesucht. Bist du draußen gewesen? Du weißt doch, dass du das Lager nicht verlassen sollst.« Blaujunges nickte. Sie würde ihr später alles erklären. Kiefernstern kniff die Augen zusammen, während er mit den Kriegern der Patrouille sprach. »Ihr sagt, da war Blut innerhalb unserer Grenzen?« Spatzenpelz nickte. »Eichhörnchenblut, und es war frisch!« Blaujunges setzte sich neben Frischbrise. »Wird es einen Kampf geben?«, flüsterte sie. Frischbrise schnippte mit der Schwanzspitze. »Ich hoffe nicht!« Wiepernzahn trat vor den Donnerclan-Anführer. »Windclankatzen müssen es heute Morgen getötet und über das Baumgefiert in ihr Territorium getragen haben!«, knurrte er. Windflug neigte den Kopf zur Seite. »Es war aber kein Geruch an den Büschen!«, miaute er langsam. »Es könnte einfach vom Moorland herübergeweht sein!« »Herübergeweht!«, höhnte Spatzenpelz. »Zu viele Zufälle!«, blaffte Wiepernzahn. »Eichhörnchenblut und Klangeruch zusammen!« »Sie haben die Grenze überquert und Donnerclanbeute getötet!« »Könnte etwas anderes das Eichhörnchen getötet haben?«, fragte Kiefernstern. »Gab es irgendein Anzeichen für einen Fuchs?« »Nichts Frisches!«, miaute Wiepernzahn. Kieselpelz nickte. »Blattfall macht sie immer nervös. Dies wäre nicht das erste Mal, dass Hunger den Windclan am Baum gefiert vorbei und über unsere Grenzen getrieben hat.« »Warum haben sie nichts vom Flussclan oder vom Schattenclan gestohlen?«, wagte sich Blaujunges vor. »Mit denen haben sie doch auch gemeinsame Grenzen.« Wiepernzahn wandte ihr seinen gelben Blick zu. »Sie glauben wahrscheinlich, dass das Baumgefiert zwischen dem Moor und unserem Territorium sie gegen einen möglichen Vergeltungsschlag von uns absichert.« »Oder sie glauben, wir lassen uns leicht bestehlen.« Sturmschweif, der mit halb geschlossenen Augen vom Rand der Lichtung aus zugesehen hatte, trat vor. »Wir müssen ihnen jetzt eine Warnung erteilen, bevor sie glauben, sie hätten ein Recht, sich jederzeit von unserer Beute zu bedienen.« Blaujunges war voller Stolz. Ihr Vater war ein wahrer Krieger, bereit zu kämpfen, um seinen Clan zu verteidigen. Kiefernstern schüttelte langsam den Kopf, dann drehte er sich um und sprang auf den Hochstein hinauf. »Es wird noch keinen Kampf geben,« befahl er. »Sturmschweif legte die Ohren an.« »Du willst zulassen, dass sie uns bestehlen?«, knurrte er. »Es gibt nicht genügend Beweise, dass es der Windclan gewesen ist,« erwiderte Kiefernstern. Er wandte sich an Gänsefeder. »Hat der Sternenclan irgendeine Warnung gegeben?« Gänsefeder schüttelte den Kopf. »Nichts,« meldete er. »Also, Feiglinge oder nicht,« knurrte Kiefernstern, »mit so wenigen Beweisen werde ich keinen Kampf riskieren. Aber ich werde alle Clans auf der morgigen Versammlung warnen, dass wir besonders wachsam sein werden.« Abendsonne nickte. »Wir werden noch die Duftmarken erneuern.« Blaujunges sah, wie ihr Vater und Vipanzahn die Köpfe zusammensteckten. »Kämpfen sie trotzdem mit dem Windclan?« flüsterte Blaujunges Mondblüte zu. Die silbergraue Kätzchen schüttelte den Kopf. »Nein.« Schneejunges zupfte an der Erde neben ihnen. »Ich würde das tun.« Blaujunges kräuselte die Nase. »Wir wissen nicht, ob der Windclan tatsächlich unsere Beute gestohlen hat.« »Aber es könnte sein.« Darauf bestand Schneejunges. »Ich würde sie in Fetzen reißen, damit sie es niemals wagen, wieder etwas von uns zu stehlen.« Mondblüte blickte sie an. »Auch wenn dein Anführer das verboten hat?« »Das Wort eines Clan-Anführers ist Gesetz. Vergiss das nie.« Blaujunges legte verwirrt den Kopf auf die Seite. »Sollte ein Clankrieger nicht den Clan über alles stellen?« »Was ist, wenn Kiefernstern irrt?« »Kiefernstern wird nur tun, was für den Donnerclan das Beste ist. Er wird immer vom Sternenclan geleitet.« Miaute Mondblüte. Blaujunges starrte auf den Boden und die Gedanken wirbelten in ihrem Kopf herum. »Wie konnten Anführer immer Recht haben?« »Hätten sie auch dann Recht, wenn der Sternenclan sie nicht leitete?« Die Versammlung der Clankatzen löste sich langsam auf, aber Kiefernstern, der noch immer auf dem Hochstein saß, stieß einen leisen Ruf aus. »Da ist noch etwas.« Blaujunges blickte voller Neugier zum Hochstein empor. »Ich möchte zwei neue Schüler ernennen.« »Das müssen wir sein,« zischte sie Schneejunges zu. »Ich hätte nicht gedacht, dass er es heute machen würde,« keuchte Mondblüte, die auf sie zueilte. »Blaujunges und Schneejunges!« Kiefernstern rief sie mit dem Schwanz zu sich heran. Frischbrise wich zur Seite, Nuschelfuß und Abendsonne traben zurück, um unter dem Hochstein Platz zu machen. Schneejunges stolperte vor, Blaujunges holte tief Luft und folgte ihrer Schwester unter den Hochstein. Kiefernstern blickte auf sie herab. »Ihr seid jetzt sechs Monate bei uns gewesen. Heute nehmt ihr euer Training auf. Euer Vater ist dem Donnerklan stets treu ergeben, und er ist ein tapferer Krieger. Möget ihr beide in seine Pfotenstapfen treten.« Blaujunges schaute hinüber zu ihrem Vater. Er unterhielt sich nicht mehr mit Wiepernzahn, sondern beobachtete sie aufmerksam. Blaujunges Beine zitterten. »Schneejunges!« Kiefernsterns Miauen durchdrang die kalte Morgenluft. Schneejunges hob die Schnauze. »Von diesem Tag an heißt du Schneepfote!« Während Schneepfote stolz die Brust schwoll, ließ Kiefernstern den Blick über die Kriegerschweifen, die unter dem Hochstein zusahen. »Spatzenpelz!« Miaute er. Der dunkelbraun gestreifte Kater blickte schnell zu ihm hoch, als wäre er überrascht. »Du wirst Schneepfotes Mentor sein. Bilde sie zu einer guten Kriegerin aus!« Blinzeln trat Spatzenpelz vor und berührte mit der Schnauze Schneepfotes Kopf. »Blaujunges!« fuhr Kiefernstern fort. »Bist du dir deinen Kriegernamen verdienst, wirst du Blaupfote heißen. Dein Mentor wird Kieselpelz sein.« Kieselpelz trat zu ihr und berührte ihren Kopf mit der Nase. Blaupfote konnte es kaum glauben. Sie würde heute Nacht im Schülerbau schlafen. »Ich nehme dich mit auf die Jagd!« Überrascht blickte Blaupfote auf und sah Kieselpelz über sich stehen. Sie schluckte. »Wirklich?« »Wir wollen mal sehen, ob du bei richtiger Beute nutzen kannst, was du bisher im Training gelernt hast.« Kieselpelz hatte ihr beigebracht, Moos zu sammeln und war mit ihr die Schlucht hoch und wieder runtergekraxelt. Blaupfote war ganz schwindelig vor Glück. Ein Donnerclan-Schüler zu sein, war das beste Gefühl in der Welt. »Rate mal was!« Schneepfote kam über die Lichtung auf sie zugerannt. »Spatzenpelz hat gesagt, wir gehen mit dir und Kieselpelz auf die Jagd! Endlich!« »Gestern bin ich den ganzen Tag an den Grenzen entlanggewandert und ich dachte schon, ich würde nie etwas Aufregendes tun!« »Fertig zum Abmarsch?« Bei Spatzenpelz miauen wirbelte Schneepfote herum. »Ich bin schon seit Ewigkeiten fertig!« rief sie. Spatzenpelz war bereits durch den Tunnel unterwegs nach draußen. »Dann kommt!« Blaupfote schoss hinter ihm her an Schneepfote vorbei, um als erste am Fuß der Schlucht zu sein. Sie blickte den Hang hinauf und ihre Pfoten kribbelten. »Erwarte nicht zu viel von deiner ersten Jagd!«, warnte Kieselpelz. »Du musst noch eine Menge lernen!« »Das will ich auch!« Blaupfote fuhr die Krallen aus und kletterte los. Dicke, weiße Wolken eilten über den blauen Himmel, als Kieselpelz sie die Schlucht hinaufführte. An der oberen Kante fuhr der Wind durch Blaupfotes Fell. Ein Gefühl wilder Freude durchströmte sie. Sie trabten durch den Wald und Blaupfote sah, wie viele kleine Pfade durch das Unterholz zogen. Kieselpelz lief immer weiter den ansteigenden Waldboden hinan. »Wie weit ist es noch?« Blaupfote blickte über die Schulter und versuchte, ihren Weg hierher ins Gedächtnis einzugraben. »Nicht mehr weit!«, versprach Spatzenpelz. Schließlich blieb Kieselpelz stehen. »Wir sind da!« Ein riesiger Baum vor ihnen breitete seine mächtige Krone aus, bis sie den gesamten Himmel bedeckte. Blaupfotes Fell kribbelte. Sie konnte Beute riechen. Vögel schwatzten in den Ästen über ihnen. Vertrocknete Blätter, vom Wind oder von kleinen Tieren bewegt, raschelten am Fuß der Platane. Blaupfote verlangte danach, die Pfoten tief in das goldene Laub gleiten zu lassen. »Die erste Lektion beim Jagen«, begann Kieselpelz, »ist Geduld.« Er kauerte sich hinter einen Busch, den Bauch flach auf die Erde gedrückt und starrte durch die tiefen Zweige auf die Wurzeln der Platane. »Legt euch hin«, flüsterte er. Blaupfote kauerte sich an seine Seite, Schneepfote und Spatzenpelz neben sie. Sie lugte durch den Busch und fragte sich, wonach sie wohl Ausschau halten sollte. »Bewegt euch nicht, bevor ihr eure Beute sehen könnt«, wies Kieselpelz sie an. Der graue Krieger erstarrte und spitzte die Ohren. Blaupfote folgte seinem Blick. Ein kleines, pelziges Wesen trippelte auf einer Wurzel entlang. »Maus.« Blaupfotes Rückenfell stellte sich auf und sie fuhr die Krallen aus. »Wann schlagen wir zu?« zischte sie. »Noch nicht.« Bevor Kieselpelz enden konnte, schoss Schneepfote vor. Die Zweige rasselten und Blätter wirbelten auf, als sie über den Waldboden preschte. Sie sprang los, doch die Maus war verschwunden. »Mäusedreck!« »Auf Geschwindigkeit kommt es bei Mäusen nicht an«, miaute Spatzenpelz. »Sie bleiben dicht bei ihrem Bau und sind sehr flink. Deshalb ist es so wichtig, das Anschleichen zu beherrschen. Geschicklichkeit ist viel entscheidender als Geschwindigkeit.« Kieselpelz blickte Spatzenpelz an. »Vielleicht sollten wir das Jagen für einen anderen Tag aufheben und stattdessen Anschleichen üben.« Spatzenpelz nickte und Schneepfote seufzte. Doch Blaupfote duckte sich tief auf den Boden, hielt den Schwanz auf das Laub gedrückt und begann vorwärts zu schleichen. »Nicht schlecht«, miaute Kieselpelz. »Aber heb deinen Schwanz ein wenig an. Du möchtest doch nicht, dass er durch die Blätter schleift. Halt auch dein Kinn tiefer und leg die Ohren flach an. Du musst versuchen, unsichtbar zu sein.« »So?« Schneepfote kauerte sich mit flachen Ohren neben Blaupfote nieder und bewegte das Kinn dicht am Boden hin und her wie eine Schlange. »Gut«, lobte sie Spatzenpelz. »Nun schleiche langsam vorwärts. Und vergiss nicht, mach deine Bewegungen so klein wie möglich.« Blaupfote setzte eine Pfote leicht vor die andere und zog sich vorwärts, hob den Bauch etwas an, als sie ihn über die Blätter schleifen hörte. So sanft setzte sie ihre Pfote auf, dass kein einziges Blatt knisterte. »Vielversprechend«, schnurrte Kieselpelz, und Blaupfote seufzte erleichtert auf. Sie übten, bis die Sonne langsam hinter die Bäume glätt. »Es ist Zeit, nach Hause zu gehen«, verkündete Spatzenpelz. »Nur noch einmal«, bettelte Blaupfote. »Du kannst im Lager weiterüben, wenn du magst.« Seufzend richtete sich Blattpfote auf. »Also gut«, sie sah Spatzenpelz und Schneepfote hinterher, wie sie sich durch die Bäume entfernten. »Wir üben morgen wieder«, versprach Kieselpelz und stürmte davon, um Spatzenpelz einzuholen. Blaupfote trödelte ein paar Schwanzlängen hinter ihren Clankameraden her, als sie plötzlich winzige Pfoten hörte, die über Baumrinde huschten. Langsam blickte sie zur Seite und entdeckte ein Eichhörnchen, das mit einer Nuss in den Pfoten auf einer Baumwurzel saß. Blaupfote ließ sich in ein Kauern fallen. Sie hob den Schwanz an, dass er nicht über das Laub raschelte, und begann geräuschlos wie eine Schlange auf einem Felsen auf das Tier zuzukriechen. Das Eichhörnchen knabberte weiter, bis Blaupfote ihm so nahe war, dass sie seine Zähne über die Nussschaben hörte. Sie hielt die Luft an, presste ihr Hinterteil auf die Erde, spannte die Muskeln in den Hinterbeinen an. Jetzt! Blaupfote stieß das Eichhörnchen von der Wurzel, presste es auf den Boden und grub die Zähne in seine Nacken. Was ist los? Kieselpelz sprang mit gesträubtem Fell hinter ihr auf die Wurzel. Blaupfote setzte sich auf, das schwere Eichhörnchen baumelte zwischen ihren Kiefern. Kieselpelz' Augen glänzten. Gut gemacht! Hinter ihm tauchten Spatzenpelz und Schneepfote auf. Die Augen ihrer Schwester wurden weit. Hast du das selber gefangen? Blaupfote nickte und Freude erhob sich wie ein Vogel in ihrem Herzen. Danke dem Sternenclan für das Leben, das dieses Tier gegeben hat, um den Klan zu ernähren, miaute Kieselpelz. Danke, Sternenclan. Kieselpelz strich an Blaupfotes Fell entlang. Wir wollen es ins Lager bringen, solange es noch warm ist. Blaupfote war erleichtert, als er ihr das Eichhörnchen abnahm. Sie hatte sich schon gefragt, wie sie es nach Hause tragen könnte, ohne zu stolpern. Danke. Glücklich trabte sie an ihm vorbei, auf die Schlucht zu. Unmöglich! Leopardenpfote starrte ungläubig auf das Eichhörnchen, das Kieselpelz auf den Frischbeuterhaufen legte. Ganz allein! Schneepfote prallte mit ihrer Schwester. Blaupfote senkte die Augen, als ihre Clankameraden sich um den Fang versammelten und hoffte, sie würden sie nicht für hochmütig halten. Sie suchte mit den Augen das Lager ab. Wo war Sturmschweif? Hatte er gesehen, was sie gefangen hatte? Enttäuschung prickelte in ihrem Fell, als sie ihn nirgends finden konnte und auch kein frischer Duft von ihm im Lager war. Sie fühlte Mondblütes Schnauze an ihrer Wange. Ich bin so stolz, flüsterte sie. Ich werde morgen etwas fangen, versprach Schneepfote. Kieselpelz nahm Blaupfote beiseite. Du hast mich heute sehr beeindruckt. Du hast gut zugehört und schnell gelernt. Die Schülerin spürte ein Schnurren in ihrer Kehle aufsteigen. Ich möchte, dass du heute Nacht mit zur großen Versammlung kommst. Du willst doch mitkommen, oder? fragte Kieselpelz. Sofort nickte Blaupfote. Sie würde so eine Gelegenheit nicht ausschlagen, egal wie beängstigend der Gedanke daran auch sein mochte. Gut, dann hol dir etwas zu essen und ruh dich so lange aus, wie du kannst. Wir brechen auf, wenn es dunkel wird. now bein klar wie du das, wie das Ziel kommt. Vielen Dank.